bum bum baller baller bei prison architect hallo wir sind gerade dabei hier unseren ersten richtigen zellentrakt aufzubauen und gucken mal wie das so wird wir haben hier zwei köche das auch ganz in ordnung für acht leute das wird ja wohl noch funktionieren ich weiß gerade nicht mehr wie das verhältnis eigentlich genau ist aber die köche sind müde die sollen sich hier schlafen legen beziehungsweise ausruhen geht das denn nicht nicht dass die nachher hier kein essen kriegen die leute so und wir kommen kriegen in zwei stunden die nächsten gefangenen so dass wir hier schnell die zellen fertig basteln sollten und diese hier sind schon fertig das geht ja das ist natürlich doch dass sie jetzt kein wachmann ist es ewig dauert bis die tür aufgeht es sei denn der meister kümmert sich da persönlich so das heißt hier kann ich auch schon meine zelle raus machen hier auch und hier auch und hier auch schon so 1 2 3 4 5 6 dann werden noch zwei gefangene aus der ersten charge hier rumlungern aber das macht ja auch nichts gucken wir mal deployment guard patrols muss ich da noch mal drauf drücken aha das wurde mir auch in den tipps geschrieben dass ich das so machen kann da habe ich nicht dran gedacht hier werden zwei wachmänner lang gehen dann habe ich vier wachmänner auf patrouille ständig das heißt ich sollte noch wachmänner einstellen zwei weitere das ist auf jeden fall nicht verkehrt schön 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 der bringt das bett dahin ist ja alles gut ist alles sehr gut danger level steigt die haben beschweren sich worüber beschweren die sich können nicht schlafen naja das liegt halt daran dass wir hier keine wetten haben bisher aber werden die nicht jetzt mal langsam verlagert und warum habe ich nur noch sieben gefangene ist einer entkommen oder ist einer frei gekommen mal ganz kurz gucken keiner ist gestorben keiner ist entkommen das ist gut dann ist ja vielleicht einfach frei gekommen das macht ja nichts also sogar ganz gut hier das muss man doch wegräumen mensch gut in dem fall kann ich aber hier auch schon mal weiter bauen das soll ja ein dreiergang werden so zack hier das war sich mal offen nicht dass die immer durch die wand glitschen müssten die leute die bauarbeiter sodann kann ich hier auch schon die weiteren lampen reinsetzen 12 31 21 23 123 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 MERACH da ach mist das ist einfach nicht symmetrisch hier so kann nichts machen zack und da sind schon welche und hier sind auch schon lampen eingeplant hier 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 so diese zellen hier diese räume werden einzelzellen da kann ich dann nämlich hier auch schon mal so eine tür davor setzen und hier hinten auch das sind die kleinen ist ja auch kein luxus gefängnis hier soll es ja auch nicht sein dementsprechend kann ich auch hier schon mal die nächsten einzelzellen plan das soviel zum thema plan dann muss da natürlich noch eine lampe davor sonst kann man da ja gar nichts sehen hier ist eine lampe schon hier ist auch eine lampe alles gut so warum werden die gefangenen nicht rüber transportiert ach werden sie jetzt ich brauche mehr wachen ich habe jetzt neun so habe ich zehn jo ich würde sagen das macht sich hier aber inzwischen ganz gut hier muss dann natürlich ein abfluss sind und in den duschen muss auch licht sein stell ich gerade mal fest hier so so guck mal jeder kommt direkt in die zelle wo die tür nicht zugeht weil der bauarbeiter den die die steinchen da liegen gelassen hat also genau so muss es sein hier fehlt noch eine wand naja wir haben auf jeden fall schon mal die einzelne zellen so kann ich ja schon mal deklarieren muss ich das eigentlich mit deklarieren was passiert wenn ich hier das mit deklarieren ne das darf ich aber jetzt aber noch die türen rein ja sehr gut sehr gut so mach hier doch mal die wand weg ich will den drain einbauen lassen na komm gut 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 aber es geht auf jeden fall vorwärts es geht vorwärts so dann brauchen wir objekte nämlich hier wie heißt das betten so die werde ich erstmal ausbauen dann müssen wir erstmal dafür sorgen dass wir hier und dann kriegen wir die 20.000 ja schon das heißt das ist also gar kein problem jetzt muss hier natürlich noch wasser hin so gut die zellen werden jetzt auch bevölkert das ist gut hier fehlt noch die tür ach ja stimmt vorhin ist ja einer rausgekommen schon so wenn ich mir das so angucke dann entwickelt sich das doch ganz gut und auch hier dieser zellentrakten im langsamen form an ich hoffe diejenigen die ein bisschen kritisch auf diese ganze sache geblickt haben werden vielleicht jetzt inzwischen etwas weniger kritisch sein ich glaube das wird gut mit dem mit dem ganzen kram hier in der mitte hier kommen dann noch mal duschen hin aber die baue ich erst später mache ich genau symmetrisch zu diesen duschen dann kann hier was weiß ich ein cleaning kaputt rein oder irgendwie sowas aber das kann ich ja schon mal planen 1 2 3 also 1 2 3 hier zack und wie lang war das neun meter dann muss die wand weg die wand weg dann die leute relativ schnellen zugang zu den duschen und die duschen werden auch nicht überbevölkert werden das ist auch gut hier muss eine tür rein die kann auf jeden fall schon mal eine tür rein und wenn ihr fertig seid kann auch eine rein ach das ist super dass die hier die zellen jetzt erstmal fertig bauen das passt mir ganz gut muss ich ja sagen das deklariere ich schon mal als dusche auch wenn ich hoffe dass sie hier nicht gleich alles überschwemmen hier deswegen schnell dann den abfluss hinbauen ja sehr gut das sind schon fertige zellen sehr schön die beiden hier sind fertige zellen da haben wir jetzt essenszeit so ich kann mal eben gucken wie wir denn hier die zeit verteilen ich würde hier erstmal noch free time reinsetzen die schauerzeit vergrößern wir ein bisschen und hier machen wir nach hinten raus noch so denn na wenn die hier wenn die hier mehr zeit dazwischen ist haben die köche auch mehr zeit zu kochen ich glaube das ist ganz gut so die dusche ist schon fertig das ist sehr gut ach dann kann ich eigentlich auch die dusche jeden schnell fertig basteln duschköpfe nein da geht doch gar kein ding hin so dann brauche ich auch noch wasser alles ist ganz schnafte hier würde ich mal so vermuten und hier kann auch schon die gefängnistür rein ach ja es wird doch es wird auch hier ist noch keine zelle deklariert worden von mir wer hat sich das nur aufgedacht gut wird hier schon geschmuggelt ach der wöö der ist doch jetzt frei was verprügeln die denn denn ich brauche auf jeden fall bald unsere kranken station die baue ich vielleicht extra separat was haben die hier für ein problem gibt es nicht genug essen oder was ich stelle auch noch mal ein koch an so und dann stelle ich noch mal eine woher hin kann ich eigentlich auch schon das hier hinbauen so das dürfte ja dann reichen dann brauchen die noch Strom ja 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 das ist natürlich doof dass die sich hier direkt schon prügeln wollen und das Gefahrenlevel steigt es steigt aber hoffentlich geht das wieder runter gleich wenn wir hier schlafen können hier noch nicht ihr sollt hier schnell einziehen ich werde vielleicht noch mal doch noch mal eben kurz gucken dass hier keine weiteren Gefangenen reinkommen hat jemand einen Löffel gehabt was das ist ja auch nicht Sinn der Sache und das ist auch nicht Sinn der Sache dass die Tür offen steht was soll denn das ach der ist bewusstlos naja der kann ja nicht raus das geht ja wir müssen auf jeden Fall uns darum kümmern dass das Danger Level hier runter geht und dafür brauchen wir unseren Psychologen damit wir überhaupt erstmal wissen was denn deren Problem ist so und dann gucken wir mal in den psychologischen Bericht ach so hier die habe ich noch gar nicht ach ich kann auch schon mal den nächsten hier Prison Maintenance mache ich es gibt schon mal 10.000 vorher da habe ich wieder Kohlen das ist super ey das ist richtig gut Needs den Leuten fehlt Schlaf es fehlt ihnen Familie und Freizeit na Freizeit kriegen sie ja gleich ähm das heißt ich baue hier erstmal den Yard ein bisschen aus mit ähm Telefon 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 Gewichtsbänke äh Gewichtsbänke ihr wisst schon was ich meine hier ne diese Dinger hier haben so Recreation dafür baue ich hier auch gleich einen Common Room rein hm wie groß muss der sein Common Room äh der hat keine Begrenzung so so die war so hab ich hier nämlich ne Mitte wo ich schön die Tür rein nutzen kann und da zack ähm was brauche ich denn dann da da möchte ich auch ganz gerne ähm Sofa die kriegen sogar ein Sofa beziehungsweise zwei kriegen auf der anderen Seite einen Fernseher so dann gibt's natürlich äh eine Bank und ein Bücherregal warte mal erstmal hier auch noch Telefonzellen rein so wo haben wir denn ein Pool Table natürlich auch was dann gibt's hier keine Bank sondern nur ein Sofa guck mal hier kann man ja richtig schön zusammensitzen Mensch das wird so gut ihr könnt euch freuen dass ihr so einen tollen äh Gefängnisleiter habt was denn mit Bücherregal so das kommt in die Zellen rein ne doch alles gut alles gut alles gut da können die sich auf jeden Fall entspannen das wird doch super so fertige Zellen ich brauche fertige Zellen das sind fertige Zellen ich kann ja das schon mal als Zellen deklarieren das sieht ja eh noch keine ein solange die äh noch nicht die Voraussetzungen erfüllen das Danger Level steigt nur ein einziger Gefangener fühlt sich wohl das ist auch nicht so optimal muss ich sagen aber die haben ja jetzt Freizeit ja es ist halt das Gefängnis ist halt noch im Bau na gut 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 ist ein bisschen verletzt ich kann ja schon mal ich möchte erst mal die Kohlen hierfür bekommen und dann benutze ich die 20.000 die ich dann noch kriege um einen Arzt zu bauen den baue ich hier so hin oder hier an die Kantine ran die auch noch ziemlich leer ist aber die ist ja auch darauf ausgelegt dass da früher oder später noch deutlich mehr Gefangene sind und was wir brauchen ist ein Capacitor sehe ich gerade äh der ist hier im Punkt Utilities und wird mal hier hingesetzt direkt mal zwei kaufen sicher ist sicher dann sollen wir erstmal hier sollen die erstmal hier die Zellen fertig machen äh und ich werde jetzt an dieser Stelle einfach nochmal ganz kurz auf Pause drücken und mich bis zur nächsten Folge verabschieden und ich hoffe ihr habt es ihr hattet Spaß und genieße jetzt noch den Rest des Tages oder vielleicht andere Videos von mir vielleicht sogar mhm mhm tschüss